Hallihallo, du lieber Mensch. Ich bin Loredana und heute lade ich dich zu einem traumasensiblen Flow für die Feiertage ein. Ich habe eine Sequenz für dich vorbereitet, die dir hilft, deine Bedürfnisse zu spüren, dich abzugrenzen und so Ressourcen und Kraft zu sammeln. Dieser Flow lädt dich ein, in die Qualitäten von Abgrenzung und Verbundenheit hineinzuspüren. Und das sind Qualitäten, die nicht nur für Menschen mit Traumahintergrund, sondern auch für Hochsensible und, seien wir mal ehrlich, eigentlich für uns alle sehr wichtig sind, sehr hilfreich sein können und wohltuend. In diesem Sinne, lass uns starten. Und dann lade ich dich ein, hier anzukommen und erstmal zu schauen, mit wie viel Energie du gerade da bist. Und darauf basierend, für dich eine Position zu finden, in der du dich jetzt gut und sicher fühlst. Vielleicht magst du einen Moment lang mit mir hier im Sitzen ankommen. Vielleicht ist es gerade aber auch schön, dich einen Moment lang abzulegen oder sogar durch deinen Raum zu laufen. Das heißt, ich mag hier wirklich so einen Raum mit dir kreieren, wo du erstmal für dich ankommen kannst. Wo wir gemeinsam ein bisschen sein können. Und du schaust einfach, will da noch was in dir bewegt werden. Ist es gerade vielleicht noch nicht so stimmig, direkt in die Stille zu kommen, vielleicht sogar ins Liegen. Oder sehnt dein Körper sich nach Ruhe, nach Stille. Und so finde eine Position, die deinen Bedürfnissen entspricht. Schau mal, ob du deinem Körper da folgen kannst. Vielleicht gehen deine Augen jetzt automatisch zu. Oder du magst deine Augen noch einen Moment lang offen lassen. Nur ein bisschen lauschen. Und wo auch immer du gerade bist, gerne Kontakt herstellst zum Boden. Wenn du sitzt, mal spürst, wo dein Körper den Boden berührt. Und wenn du stehst oder liegst, auch da wahrnehmen, wo berührt mein Körper gerade den Boden. Und vielleicht diese Idee einladen kannst. Oder schaust einfach mal, ob die Idee mit dir in Resonanz geht, dass der Boden dich trägt, eine Konstante ist. Und wenn das mit dir in Resonanz geht, dann nimm das gerne mit. Und wenn das nicht mit dir in Resonanz geht, dann mach dir keinen Stress. Vielleicht ist der Atem für dich eine Ressource, sodass du hier mal bewusst ausatmen kannst. Und auch hier, wenn der Atem für dich eine Ressource ist, dann gerne nimm das mit, wenn ich dich immer mal wieder dazu einlade, auszuatmen, bewusst einzuatmen. Und wenn du merkst, dass dich das eher stresst, dann lass das einfach weg. Vielleicht ist es gerade angenehm, noch ein paar Mal bewusst auszuatmen. Und wo auch immer du gerade bist, komm langsam zurück in einen aufrechten Sitz, wenn du nicht sowieso schon da bist. Hier treffen wir uns gemeinsam. Finde dann für dich in eine Vorbeuge. Und du kannst dich hier einfach mit deinen Händen ein bisschen weiter nach vorne wandern. So weit wie du magst. Vielleicht lädst du auch hier so ein Schaukeln ein. Du kannst deinen Kopf mal schwer werden lassen. Vielleicht ist es ganz angenehm für dich, in dieser Bewegung zu bleiben. Und vielleicht ist es auch schön, hier in der Stille zu kommen. Hier die Einladung, mal bewusst auszuatmen. Um dich dann wieder aufzurichten. Die rechte Hand neben dir aufzustellen und den linken Arm über den Kopf zu nehmen. Du kannst nach oben schauen. Manchmal ist das ein bisschen herausfordernd für die Nackenmuskulatur. Dann schau gern auch nach unten. Und find dann von hier aus zur anderen Seite. Setz die linke Hand auf und zieh den rechten Arm mit über den Kopf. Und wiederhol das dann einige Male für dich. Du kannst hier einfach mal schauen, dass du dein Tempo findest, deinen Rhythmus. Schauen, ob du die Augen geöffnet lassen möchtest oder ob du sie einen Moment lang schließen möchtest. Vielleicht magst du den Fokus dann auch nochmal mehr auf die Bewegung deiner Arme richten. Und schau mal, ob du dir vorstellen kannst, dass du hier wie so deinen eigenen Raum stärkst, indem du mit deinem Arm, mit deiner Hand, wie so einen schützenden Kreis um dich ziehst. Und diesen Kreis, den kannst du auch mehr nach hinten ziehen. Vielleicht dem Arm dann auch mal mit hinterher schauen. Und dir über deinen eigenen Raum bewusst werden. Und dann richte dich von hier aus wieder auf und streck das vordere Bein aus. Und stell die linke Hand wieder auf, nimm den rechten Arm mit über den Kopf und setz hier diese Bewegung fort. Diese schaukelnde Bewegung. Und du nimmst deine Arme mit. Und wenn das für dich eine gute Ressource ist, kannst du dir hier wieder vorstellen, dass du wie so einen schützenden Kreis um dich ziehst und deinen eigenen Raum, deine eigenen Grenzen stärkst. So dieser Raum, der nur dir gehört, dein persönlicher Raum. Wo du entscheidest, wer in diesen Raum hinein darf. Welche Gedanken, welche Impulse, dass du dir das nochmal bewusst machst. Dass du ein Recht hast auf deinen eigenen ganz persönlichen Raum. Und wenn du das nächste Mal bei deinem langen Bein bist, dann dreh dich gern nochmal so ein klein wenig mehr Richtung gestrecktes Bein und wandere auch hier in so eine Vorbeuge vielleicht ganz sanft. Vielleicht läufst du noch ein bisschen mehr nach vorne. Lass den Kopf wieder schwer werden. Und nimm dir gerne Zeit, hier dein persönliches Maß zu finden, dass du noch gut atmen kannst. Oder zumindest nicht noch mehr Anspannung in dein System kommt. Vielleicht tendenziell eher eine Entspannung stattfinden kann. Auch da vielleicht den Kopf mal schwer werden lassen. Du kannst hier wirklich variieren, in kleinen Bewegungen bleiben. Und wenn die Stille, zumindest die äußere Stille dich ruft, dann gerne auch in so eine äußere Stille kommen. Dich wieder aufrichten und einmal die Beine tauschen, dass du auch hier erst nochmal in so einem Schneidersitz startest. nochmal die rechte Hand aufstellst, den linken Arm über den Kopf ziehst. Du kannst hier für ein paar Momente bleiben oder auch ein paar Atemzüge. oder wieder mehr in so eine dynamische Bewegung gehen. Immer deinen Bewegungsradius erforschen, erkunden, schauen, ob du den ganz ausnutzen magst. Und dich dann wieder aufrichten. Das vordere Bein wieder lang machen. Und dann nochmal über das lange Bein. Auch da kannst du gerne einen Moment einfach bleiben, wenn es gerade ganz schön für dich ist, hier zu sein. Oder Dynamik einladen, Bewegung. Find hier wirklich dein Tempo und dein Rhythmus. Ich gebe es ganz bewusst nicht vor. Um dich dann wieder näher über das gestreckte Bein, Richtung gestrecktes Bein zu drehen. Und hier in so eine Vorbeuge zu kommen. Manchmal ist es auch ganz schön nochmal ganz bewusst, zu spüren, wie dein Gesäß den Boden berührt. Und dann aus dieser Erdung sozusagen vorsichtig in eine Vorbeuge zu kommen. Und wenn du merkst, dass da so ein innerer Antreiber ist, der dich ganz weit nach vorne ziehen will und am besten noch mit den Händen den Fuß umgreifen will, dann schau, ob sich dieser Anteil in dir so ein bisschen entspannen kann, dass das tendenziell eine Praxis für dich sein kann, in der du dich eher entspannen kannst und dich noch mehr Druck und Zug aufbaust. Wenn du magst, lad nochmal den Atem ein und rechne dich dann wieder auf. Komm nochmal zurück in einen Sitz und spüre einen kurzen Moment lang nach. Vielleicht ist es jetzt schön, die Augen zu schließen. Oder du hast das Bedürfnis, bewusst die Augen zu öffnen, kleine Bewegungen einzuladen, mit dem Kopf kreisen, bietet sich an. Vorsichtig, freundliche Kreise, halbkreise oder wenn es für deinen Nacken in Ordnung ist, ganze Kreise. Vielen Dank. Dann lade ich dich von hier aus ein, deine Beine mal ganz auszustrecken. Vielleicht magst du jetzt auch ein bisschen Bewegung in deine Beine bringen. Um dich dann nochmal mehr aufzurichten und vorsichtig in eine Vorbeuge zu kommen. Und es kann super angenehm sein, die Fersen aufzustellen, die Knie ein klein wenig zu beugen, dass du es leichter hast, dich über deine Beine zu falten. Optional kannst du dir auch was unter die Beine legen, vielleicht eine gerollte Decke oder ein Kissen. Und dann auch hier langsam, freundlich nach vorne krabbeln und schauen, ob du dich in der Stille gerade gut aufgehoben fühlst, in der Bewegungslosigkeit, in der äußeren Stille zumindest. Oder ob es schön ist, hier wieder kleine feine Pendelbewegungen einzuladen. Nimm dir gerne wieder ein bisschen Zeit, um deins zu finden. Vielleicht merkst du, dass deine Schultern leicht angespannt sind oder dein Kiefer ein bisschen fest. Dann könnte es schön sein, nochmal die Lippen etwas voneinander zu lösen, die Zahnreihen voneinander lösen und du könntest den Kiefer auch mal von rechts nach links schieben. Ausatmen. Um dich dann wieder aufzurichten. Und vielleicht magst du dir jetzt schon einen Moment Zeit nehmen zur Integration. Dann finde wieder diese Wohlfühlposition vom Anfang. Schau, ob du sitzen magst, mir noch ein bisschen lauschen magst, ob du liegen magst oder auch ein bisschen durch deinen Raum laufen magst. Und wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr in die Kraft zu kommen, dann mach gerne auch diese Übung noch mit. Und wenn du das nicht mitmachen magst, dann lade ich dich trotzdem ein, bis zum Schluss zu bleiben, damit wir, nachdem wir nochmal mehr mit dem eigenen Raum gearbeitet haben, auch noch das Gefühl von Verbindung und Herzkontakt einladen. Also wenn du mitmachen magst, die nächste Übung, dann komm in einen aufrechten Stand und bring das rechte Bein nach hinten zurück. Und du kannst hier das Bein so ein paar Mal strecken und beugen. Beide Beine mal mehr strecken, nur um das vordere Bein dann wieder mehr zu beugen. Und wenn du merkst, das ist ganz schön eng im unteren Rücken, dann beug gerne das hintere Bein klein wenig. Und wenn du das nächste Mal das Bein gebeugt hast, dann bleib hier, nimm die Hände mit dazu und stell dir vor, du würdest gegen so einen imaginären Widerstand schieben und hier nochmal das aus deinem Raum schieben, was du nicht mehr bei dir haben magst. Vielleicht sind das irgendwelche Gedanken oder auch Anforderungen, Gefühle. Und es geht nicht darum, irgendwas zu verdrängen, sondern nur darum, dir klarzumachen, dass du da einen Abstand schaffen kannst, um was auch immer betrachtet werden will, später nochmal zu betrachten. Dann löst das auf, schließt den Schritt nach vorne und spür gerne einen Moment lang da. Vielleicht ein schöner Moment, um nochmal mit den Schultern zu kreisen. Dann die andere Seite für dich zu üben. Mit dem anderen Fuß einen Schritt zurück zu gehen, dich hier einzufinden, einzupendeln. Gerne beide Beine noch mal strecken und beugen. Nur um dann das vordere Bein wieder näher zu strecken. Manchmal kippt das Bein sehr nach innen oder vielleicht auch nach außen. Und du könntest darauf achten, dass du dein Knie über deinen Knöchel ausrichtest. Bevor du auch hier nochmal beginnst, wie durch, wie gegen so einen Widerstand dir Raum zu machen. Zu den Seiten, nach oben. Vielleicht nimmst du den Atem mit dazu. Und löst dann wieder auf. Spürst einen Moment nach. Gerne nochmal mit den Schultern kreisen. Und vielleicht magst du dir jetzt auch was aufschreiben. Vielleicht magst du nochmal bewusst für dich aufschreiben, was du von dir wegschieben magst für den Moment. und nimm dir gerne einen Moment lang Zeit. Und dann treffen wir uns wieder im Sitzen. Jetzt, wo du ein bisschen mit deinem eigenen Raum gearbeitet hast, dir bewusst gemacht hast, dass du deinen eigenen Raum hast. Du hast ein Recht auf deinen Raum, deine Grenzen. Magst du vielleicht auch nochmal in die Qualitäten von Verbundenheit und Herzkontakt hineinspüren. Und dafür streck deinen Arm aus. Und mit dem kleinen Finger beginnen, schließ die Hand. Zieh die Hand zu dir ran Richtung Herz. Und bleib dort im Moment. Das ist die Bewegung. Und wenn du magst, kannst du diese Bewegung noch mit einer Intention versehen oder mit einer bestimmten Erinnerung oder einem Gedanken verknüpfen. Vielleicht magst du dir jemanden vorstellen, mit dem du wirklich gerne in Kontakt wirst. Oder etwas, worauf du dich wirklich freust. Etwas, woran du Freude hast. Und dann üben, das wirklich danach auszugreifen, das zu nehmen und dir zum Herzen zu holen. und einen Moment lang wirklich einsinken zu lassen in dein System. Du kannst es einfach ein paar Mal versuchen. Schau, ob du damit in Resonanz gehst mit dieser kleinen Übung. Und wenn nicht, auch da stress dich nicht. Das ist eine ganz zarte, feine Bewegung. Gerne versuch auch mal die andere Seite. Und lass die Hände wieder sinken. Und schau auch hier nochmal, gibt es was, was du dir aufschreiben möchtest. Etwas, was für dich besonders wichtig war, was du gerade nochmal reflektieren magst. Oder ist es gerade einfach schön, einen Moment lang nachzuspüren. Vielleicht ist es sogar angenehm, eine Hand auf dem Herzraum liegen zu lassen. Das ist nur eine Einladung. Vielleicht gibt es auch einen anderen Ort für deine Hände, der sich gerade gut anfühlt. Und dann nimm dir so viel Zeit zur Integration, wie du jetzt gerade noch brauchst. Und ich hoffe, dieses Video hat dir ein paar wohltuende Impulse geben können. Lass mich gerne wissen, wie die Praxis mit dir in Resonanz gegangen ist. Und in diesem Sinne, bis dahin, deine Loredana. Einmal Ellen Challenge Also, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Man braucht goodness plugge